Wird es Zappatron geben? Wir werden es herausfinden, diese Runde. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale hier auf meinem Channel. Ja Leute, wir spielen heute diesen Classic Modus, Unvaulted Modus und es heißt ja, dass es nur die Waffen und Gegenstände aus Season 1 und 2 geben soll. Auf jeden Fall haben wir den Modus ausprobiert und ich wünsche euch viel Spaß mit der Runde. Bevor es aber anfängt, möchte ich euch noch daran erinnern, dass ihr mich supporten könnt mit dem Crater Code Fix, FIXX. Wisst ihr ja mittlerweile, schaut doch mal gerne nach, ob es noch drin ist. Denn heute gibt es wieder richtig nice Skins und zwar einmal diese Knackerelle und den Nussknacker plus diese wunderschöne Spitzhacke. Richtig nice. Falls ihr euch was kauft, supportet an Crater Fix. Ich würde mich sehr freuen. Vielen, vielen Dank. Und ja, viel Spaß mit dem Modus und Epic hat mich sehr enttäuscht. Let's go. Classic Fortnite, let's go. Ich frage mich, ob im Classic Fortnite auch die Einstellungen sind so wie früher, dass man Buildings einzeln klicken muss. Was war noch gravierend anders? Die ganzen Waffen also. Double Pump, alle Waffen, der Waffendamage war ja komplett anders. Du hattest nicht First Shot Accuracy und ich bin gespannt, Leute. Du hast keine 100% gehabt. Ja, du hattest die 100% nicht. Wir müssen natürlich Classic Mode, wenn wir den Season 1, Season 2 Modus spielen, müssen wir hier natürlich Classic unterwegs sein, sag ich mal. Man hat 100% Schreibt Lutzus. Wow. Dann ist ja langweilig, Alter. Selbst der Schnee ist da. Ach komm. Ja, nicht mal Double Pump geht. Nicht mal Double Pump geht? Ja, ciao, ey, raus. Der Damage ist auch noch gleich. Ja, was genau haben die dann bitte wie Season 1 und 2 gemacht? Ja, die Waffen anscheinend dann. Und gerade die MP hier. Wow. Wow, epic. Upperepik. Warum gibt's da kein Risky? Wow, wieso haben die nicht die Map anders gemacht? Ach, so viel Potenzial verschwendet. Die hätten die Map auf Season 1 Map machen sollen oder Season 2 Map. Die hätten die Waffensettings so machen sollen, wie vorher war. Und auch die Building Settings, Alter. Natürlich wäre es ultra viel Arbeit gewesen, das zu programmieren, denke ich. Aber die haben doch ganzen Backups noch vor dem ganzen Geschmarrn. Aber das wäre sick als Modus. Aber die haben echt... Alles klar. Vor Todgehaft. Auf dem Dach oder was? Geilster Modus. Damage von der Hacke ist auch gleich. Ich hab den anderen gewinnischt. Ne, den fickt man nicht. Ja, er braucht meine Ammo, aber... Er wirft eine Granate auf ihn. Ja, stimmt. Season 1 und 2 gab es doch bei Outputs, ne? Gab es da bei uns Pads? Nein. Das gab es da jetzt nicht, ne? Nein. Ich denke, bei dir bloß lauter Scheiß da rein, die es halt einfach nicht mehr gibt. Verschwendet. Yo. Elms ist ein Urgroßonkel oder was? Pass auf, rechts kommt auch noch einer. Schieß den Bastard runter. Okay. Drei Sekunden hier. Hard hit. Zwei. Eins. Einer. Beide low? Nice one. GG. Wow, epic. Wow. Sorry, man. Da, hinter dem Baumhaus. Einer down. Anders weit. Ja. Down. Schade. Ohne Spaß. Ich hätte echt gedacht, das ist anders. Das ist traurig. Das ist so schlecht. Das ist wirklich echt traurig. Ich hab gedacht, man fliegt weiter damit. Boah, der hat mich. Good damage one. Nice medikit. Silence ist auch drin. Es ist echt krass. Gibt es Zap-Patron? Ich glaube nicht, dass es Zap-Patron gibt. Oder Leute? Wird es Zap-Patron geben? Werden es herausfinden, diese Runde. Ich denke aber nicht. Aber das ist echt krass, was die mit dem Potenzial verschwendet haben an dem Modus. Ja. Schade, ey. Chat, was denkt ihr, hätten sie noch in den Modus reinpacken sollen? Weil jetzt ist es eigentlich nur ein Modus, wo die Waffen halt anders sind, ne? Und keine Autos, keine Flugzeuge. Boah, das wäre so geil. Stell mal vor, nur alte Map, ey. Holy shit, wäre das geil. Oh mein Gott, einfach alte Map. Stellt euch mal vor, diese Fabrik zwischen Retail, die hier war. Da gab es noch kein Dach. Wo ist der hier? Da gab es schon Sprungflächen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Bouncer kamen erst viel, viel später, Mann. Season 4 kamen die Bouncer. Ja, ja, Season 4 oder Season 5. Weil da habe ich so richtiges Spielen angefangen. Die kamen viel später. Hinterm Baum, 101. Ich frage mich, ob es die alten Traps gibt. Einer hat einen Hit. Lass vorsichtig spielen. Ja. So, äh, du ist Squad, ne? Echt? Nee, das ist eine 3. Ah, pass auf. Boah, der ist richtig low. Lass vorsichtig spielen. Oh mein Gott, ist das scheiße. Nein! Oh mein Gott. Da, da kommt noch einer. Über uns. Ist low. Musst du machen. Nice one. Was war deine Mission, Alter? In die Falle rein? Nein, ich wollte hochjumpen eigentlich. Alter, die Tag ist einfach so geil. Ja? Ja. Wie früher. Macht Spaß. Nice. Ich muss sagen, ich vermisse die Bouncer echt. Mann, die waren richtig geil. Einfach so, zack. Ja. Double Pump geht nicht. Leute. Double Pump geht nicht. Leider. Ich hab gedacht, eventuell geht die Double Pump in den Modus. Ich hab gedacht, die haben viel mehr gemacht, als so Map ändern. Das alte Waffensystem. Früher musstest du Building auch noch einzeln klicken. Da werden viele gescheitert, glaube ich, in dem Modus daran. Aber wer einfach mal lustig weiß, für die Leute, die noch nie Season 1 oder so gespielt haben. Aber leider sind nur ein paar Waffen anders. Dass sie noch nicht mal die Map geändert haben für den Modus. Ja, Mann, die hätten schon die Map geändert. Das ist ja keine Arbeit für die, weißt du? Nein, was hast du denn geändert? Die haben die alten Waffen wieder aktiviert und das war's. Schade. Enttäuschend. Ich bin traurig. Auf mich steht was. Komm. Oh, klar. Ah, der war echt Klaus. Die Waffe. Sieben Damage. Früher hat die noch mehr gemacht, auf den Treffen. Ja, früher gab es keinen Damage-Vorlauf, Alter. Ja. Das war übel. Ist der weggelaufen? Nein, der hat immer noch der Händler, die Red. Nein, der ist weg. Ah, ah, der ist weg. Das wäre lustig gewesen. Ja, es war, der war rechts ein Stück, oder? Ja. Hatten es? Headshot? Hit, zwei Heads. Der Bounce-Date. Und lag es, Alter. Ich komme auch. Wie viel Bounce er hatte? Boah, Map-Update. Das wäre so geil gewesen, Mann. Ich bin so traurig, Alter. Das macht er echt einen traurig. Das macht er einen richtig traurig. Aber wenigstens hier... Bounce-Pads wieder, weißt du? Ja, wow. Bounce-Pads bestes Item, ohne Spaß. Ich liebe die. Wo ist er hin? Keine Ahnung. Wo am Asch der Welt? Hinter uns! Bei mir! Ich habe nichts. Er hat sich halt in der Hütte versteckt gehabt. Wie versprochen, lasse ich dir jetzt mein Sub da. Ehren, Mann! Machen wir mal den Sub-Line. Close, close, close. Bei uns, close. Let's go! Lila Tag-MP. Oh, mein Gott. Komplett von mir. Drüben hat einen Head. Oh, er ist down. Aber nicht von mir. Wollen wir hoch-Sip-Linen? Oh, neben uns. Rechts. Süden. Ehren, Mann. Vielen, vielen Dank. Zwei Hits. Ist weit. Full weit rechts. Ein Hit, ne? Ach, komm. Habe ihn down. Down. Oh, mein Gott. 30 Damage im Kopf, Alter. Mit Tag-Impf. Die ist so böse. Ich sagte, ey. Let's go. 10 Kills, Alter. Alter, wir müssen los. Die ist schon cool. Leute, es kommt bald im normalen Material, kommt eine Uzi rein. Vielleicht. Die mit Jump-Patt gestalten. Ja, vielleicht wird die Uzi genauso wie die Tech-MP. Das kann sein. Der Sound ist halt ziemlich nice von der, für mich. Ja. So. Die gehen zur Schildkröte. Was machen die da? Tanzen. Muss man da dancen, oder was? Hat ein Headshot. Nice one. Chill, chill, chill. Ich stelle mir kurz Pilze rein. Pass auf. Oh Gott, den hätten wir rausnehmen. Ey, Quadro-Louches drin, oder was? Oh, den jetzt verharmen. Ja, ja, ich weiß. Lass mal hier auf dem Berg gehen. Ja. Wie ist das Quadro-Louch drin, ey? Ja, das ist einfach dumm, ey. Kennen die ihr eigenes Spiel nicht, oder was? Ganz dumm, oder was? Hätte ich auch haben müssen, ey. Headshot. Hinter euch auch noch. Nein, ich komme mit hin. Die Pushter von hinten hoch. Hat ein Head. Schießt ihn runter. Oh, das sind vier Leute. Oder drei Leute. Oh, L.A. hat mich mit der... ...ehrenlos. Schießt, Frank. Nice. Sie reizt dich. Oh, fuck. Rechts von dir? Ja. Er weiß nicht, wo du bist. Nice. Finish beide. Scheiße. Ich hab dich auf. Ja, aber es zu verraten, die im Mail, weißt du? Egal. Sensor doch. Fack ich den auch noch. Ja, weh. Ja. Die heben den jetzt auch auf. Weißt du, wo die sind? Ja, unten. Hat der nicht schon aufgehoben? Hast du Kanaden? Wo genau? Ganz unten. Sind aufgehoben worden auch. Ich hab da einen, da bist du nicht mehr. Einer da. Vorsicht, Rocket Launcher. Verschiebe auf den Boden. Oh Gott, bei mir. Oh, ne. Oh Gott, bei mir. Nein! Wieso baut der nicht? Oh mein Gott. Elf Kills, Alter. Ja, du hättest die wegfinishen müssen, ey. Boah, das waren die beiden, ey. Scheiße. Alles auf, was machen die hier Klassik? Und dann ist auf einmal die Quattro Launcher drinnen. Mhm. Aber, Heavy Snipe ist nicht drinnen. Die neuen Kills sind nicht drinnen. Ist so lächerlich. Akka ist nicht drinnen. Ich weiß nicht. Leute, falls ihr das Video hier auf YouTube seht, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem neuen Modus denkt. Ich sage, Dankeschön fürs Zuschauen. Elf Kills gemacht. Ich glaube, ich werde den nicht mehr spielen. Oder vielleicht noch einmal. Wie gab es? Äh. 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 Bis zum nächsten Mal.